Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StundoGaming und heute spielen wir mal wieder nach sehr langer Zeit Powerwash Simulator. Ich glaube das letzte Video war vor einem Jahr und da hatte ich glaube ich sogar noch Bild in 4 zu 3. Wir machen heute hier weiter und reinigen den Garten, bzw. nicht den Garten, sondern den Spielplatz. Ich glaube das letzte Video war auch von dem Spielplatz. Ich habe absolut keine Ahnung mehr wie das geht, weil es ist schon zu lange her. Also ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Aber wir spielen auf jeden Fall das jetzt wieder mal. Ich glaube das kommt jetzt auch wieder etwas mehr. Mal gucken. Sind Dampflokomotiven nicht eine wunderbare Ingenieurleistung? Möchtest du mehr? Äh, äh, Funktionen, er war, war, nö. So, hier kann man glaube ich den Strahl auswählen. Ohne dass es hängt, bitte. So. Sieht schon geil aus, ne? So. Schau mal, warum hängt die Kacke denn so? Warum steht da großer Roden verboden? Aha. So. Oder gibt es hier noch irgendwas anderes? Ah, aber das macht nicht so geil sauber. Das auch nicht. Das hier macht es sauber. Das ist glaube ich das, was ich schon benutzt habe, oder? Egal. Wir machen jetzt hier schönen Boden. Also falls das Bild ein bisschen schlechter wird, das liegt an dem Spiel, beziehungsweise an Xbox. Weil die irgendwie zu dumm sind, das Bild richtig gut zu machen. Also das ist ja hier nur so, wie sagt man, ich tue praktisch das Bild übertragen. Und irgendwie schafft Xbox das nicht, lässig zu machen. Ihr seht's, ne? Jetzt hängt's wieder. Deswegen nicht wundern. So. Deswegen will ich mir bald eine Game-Catcher-Card holen. Wie lang ist denn auch dieser rote Teppich hier? Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Playlist über Powerwatch im Laufe habe. Weil eigentlich müsste ich die haben. Die Steuerung bei der... Also mit dem Controller ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Aber ich kann dieses Spiel irgendwie nicht auf dem PC starten. Das geht nicht. Deswegen muss ich das über die Xbox spielen. Deswegen kam auch so lange kein Video davon. Aber ja. So. Aber ich find das immer so beruhigend, wenn man das so sieht. Was dann aber nicht beruhigend ist, ist, wenn's rumhängt. So wie jetzt gerade. Aber egal. So. Oh, Junge. Ich... Also das ist wirklich etwas... Einfach nur zum Heulen. Das stört mich ein bisschen, dass das hier rumhängt. Käser. Okay, so. Bodenrand. komm schon ey das ist so nervig das macht verdient mich schon mehr den spiel spaß an diesem spiel ich wollte jetzt mal nach einem jahr auch mal wieder ein video hier von diesem spiel raus kriegen sowas verdirbt dann schon wieder einen spaß wenn es nur umhängt das ist echt zum heulen kannst du jetzt mal aufhören rum zu hängen du scheiß drecks spiel so so hier noch leute das ist echt zum heulen jetzt hört auch mal auf das ist echt zum heulen junge es hängt ja gerade jetzt nur also okay wir gehen mal hier hin weil ich kann es nicht mal gerade halten weil das nicht geht so machen wir jetzt hier mal diese weiß gar nicht was das ist irgend so ein dingens für dieses gebäude hier in der wand ich höre schon auf zu laufen was macht er läuft weiter nach rechts guckt mal ich höre auf zu laufen er läuft weiter das ist dann auch wieder das letzte video was ich hier von diesem spiel mache also wenn es die ganze zeit so umhängt dann will ich das spiel nicht tut mir leid aber es geht nicht man kann dieses spiel nicht so spielen ist also ich drehe dieses video zu ende und das wieder zu ende gedreht hat dann war es was mit dem spiel dann deinstaller ich das wieder also das ist mir dann echt zu blöd so okay ein habe ich hier praktisch schon sauber gemacht ja leute das war's mit dem video also es macht echt keinen spaß denn jetzt die ganze zeit automatisch hoch und runter geht und jetzt hängt es wieder wenn das video trotzdem gefallen hat lasst gerne ein leiten abo und kommentar schaut außerdem auf meinem disco server vorbei das unten in der video beschreibung verlinkt aktivt die glocke damit kein blöde mehr verpasst ja habt noch mal vertragt hause rein und dann hat das